Hallo und damit herzlich willkommen zu meinem neuen Ratgeber. Heute geht es um die Frage, was ist besser, AMD oder Intel? Ja, du bist vielleicht dabei, gerade deinen eigenen PC zu bauen oder auch einen fertigen zu kaufen und überlegst, ja, welcher von diesen vielen Prozessoren ist denn überhaupt der richtige für mich? Hier sehe ich ja überhaupt nicht mehr durch, das ist mir alles viel zu kompliziert. Und leider muss man sagen, dass für Anfänger auf dem Gebiet, jetzt im Jahre 2018, ja, die Auswahl wirklich nicht so einfach ist, weil es unglaublich viele Modelle inzwischen auf dem Markt gibt. Aber jetzt AMD und Intel ist das so ein großer Unterschied. Ich bin der Ansicht, dass das sich wirklich nicht viel nimmt. Ja, sind beides auf jeden Fall sehr renommierte Hersteller, die für verschiedene Ansprüche, sage ich mal, verschiedene Prozessoren anbieten. Ja, wenn es jetzt darum geht Gaming oder wenn es darum geht, den richtigen Professor, äh, Professor, Prozessor zum Thema Videos rendern und so zu finden. Und da gibt es ganz viele dieser speziellen Angebote, auch im preislichen Segment, wo du einmal so schauen kannst, hey, wie viel will ich denn ausgeben für meinen Prozessor? Und ja, da kannst du bei beiden günstige Modelle finden, aber auch sehr, sehr teure und damit natürlich enorm leistungsstarke. Wenn wir jetzt von dem höherpreisigen Segment reden, wäre hier zum Beispiel der Threadripper 1950X bei AMD zu nennen oder der Core i9-7960X bei Intel. Und genau, also grundsätzlich, ich finde Intel und AMD nimmt sich nicht viel, sind beides renommierte Hersteller von, äh, Prozessoren und Co. Und deswegen kann ich beide empfehlen, was jetzt für dich das Richtige ist, das kommt wirklich auf deinen Verwendungszweck an, ob du jetzt ein Gamer bist oder eher so Videos renderst oder vielleicht gar nicht sowas Anstrengendes machst, dann kannst du natürlich auch mit einem, äh, ja, weniger starken Prozessor zurechtkommen. Auf jeden Fall hoffe ich sehr, dass dir mein Ratgeber weitergeholfen hat. Check auf jeden Fall die Videobeschreibung aus, da habe ich eine coole Empfehlung für dich am Start. Ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit und wünsche dir einen wundervollen Tag. Alles Gute, ciao.